Willkommen zurück zu Outlast. Ich bin auf gegen die Zeit oder gegen drei Typen, die mir ans Fleisch wollten. Das hat jetzt wahnsinnig viel Nerven gekostet und jetzt schauen wir, wie es weitergeht. Das ist schon mal verschlossen. Nicht schon wieder, ich möchte das nicht einmal tun. Das war jetzt echt irgendwie... Jetzt muss ich da schon wieder weggelaufen. Was finde ich nicht so toll? Es ist schade, wenn man sich dann auch nicht so weit rumkommt. Ich muss da irgendwie hin, rein, was, wo, wie, wo weiß ich. Okay. Ach, du Schäfe. Und jetzt? Was machst du mit mir? Das ist ganz ein Hübscher. Ja, ich mag dich auch. Ja. No. Ich kann nichts... Könnt ihr das Bild wieder irgendwie unscharf stellen oder so? Ich kann mich nicht bewegen. Doch, jetzt. Jetzt führt er mich wohl zum Richter. Scheiße. Jetzt dachte ich echt, okay. Geschafft. In dem blöden kleinen Aufzug. Da wäre der Ausgang. Alles offen. Nee, du Schneider. Nee, du Schneider. Aber unten wäre offen. Folge der Blütspür, oder wie hieß das? Was ist mit der Behandlung? Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. We'll just need a second to wash up. And, uh... No movies. And it'll give us a chance to talk. Natürlich ist das... Das ist nackt. Ich bin ein bisschen worried how much time you've been spending mit Father Martin. I-I know... I hope you haven't been letting him confuse you with all this... holier-than-thou Bible-thumping. Uh... No offense to the man, but I sometimes worry he might just be a little bit... I don't see. Ich bin fast, Anna. Wenn man sich nicht mehr schützt, wenn man sich nicht mehr schützt, oder was man sich nicht mehr schützt? Soon, God died with the gold strength. And we're all into a more concrete thing now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Murder is the simplest form, but what happens when all the money is gone? All money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. that makes you... believe. You paying attention? Don't pass that on me. There's so much for you to avoid. Better, right? Here's Emily GQ. We made the consumer into the news of production. This thing... This thing... He's gonna sell it... Ach, du mein Scheiße. Und jetzt? Du bist ja... Mein Kabel und mein Maul ist das Problem. Na mach schon. Scheiße. Scheiße. Soll ich jetzt froh sein, dass er mich nicht getötet hat? Oder wie ist das? Boah, speichert. Okay. So, das ist nichts wie raus hier. Nein. Is das nicht anders? Ist ja noch als ein serpent. Sie sind doch nicht krängig. Ich kenne mich für ihre Buttava kommen. Ich schluter mich, und schliebe ihn nicht. Schwester bis auf den... Er ist einfach cold. Und er ist noch nicht so und... Es ist noch nie. cops sind�� ich. Ich kenne Equalssea, Sie können n chce nicht. Es wird unsrecken! Was ist jetzt Meilen... Wie muss ich euch verschocken? Was blöde scheiss Spiel, ey! Oh, ich hab's zu. Er erzählt mir, dass er kein Prozent ist. Wir müssen hier. Ich weiß nicht. Ah, doch, jetzt haben wir die Tür. Geh weg. Das Aufzug. Ein Schlüssel! Wirst du mich verarschen? Wo krieg ich denn'n scheiß Schlüssel her? Vielleicht bei den Typen? Das ist ja der Wölkling in der Erde. Du, ne Schlüssel, geraden, Arsch! Du, ne Schlüssel, geraden, Arsch! Das würde ich wieder nicht schließen. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Sicher wieder mal was in meinem ganzen, boah, übersehen. Vielleicht sollte ich mich hier erstmal kurz umsehen, auch wenn's ekelhaft ist. Aber da ist keine Chance gekommen, oder? Wahrscheinlich beim anderen Typen da. Und da ist nicht so gut, oder? Das war mir nicht so gut. Da ist nicht so gut. Da ist nicht so gut. Da war ich noch nicht so gut. Aber da ist nicht so gut. Da war es nicht so gut. Und da war es nicht so gut. Ich kann es nicht kontrollieren. Du kannst es nicht kontrollieren. Niemand. Niemand. Er wird dich. Er wird dich. DREGOR! DREGOR! Wo kriege ich das her? So ein Scheiss. Ist dein Schlüssel notwendig? Wo kann ich das denn hin? Scheiss. Das mag ich dann gar nicht. Wenn man da so schnell schnell zu verstecken. Okay. Hier hoch. Ich komme dann so in eine Sache, dass ich die Hälfte wieder vergesse. Oder nicht sehe, wie das letzte Mal schon. Ah, jetzt kann ich den wegschieben. Genau. Da hinten ist der Aufzug. Jetzt hoffe ich. Da nach hinten. Wo könnte das sein? Ich möchte ja runter. Die Tür wäre ja offen. Ich öffne jetzt hier mal. Damit ich da hin... ...laufen, rennen kann. Ja, der sieht mich jetzt ja. Boah. Schau mal, die Hand an den Fingern. Ja. Die Hand hält mich doch. Ist das so blöd? Scheinbar schon. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Ich soll mich sicher da hinten noch umziehen, oder? Der Kerl. Schau mal. Wo ist er hin? Das ist doch wieder so ein Scheiß. Du bist nicht weg. Was ist denn denn da? Scheißschäbe da. Ach. 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 Wie machen wir das, wie machen wir das am besten? Ich schieße die noch mal weg. Ja, sollte man noch richtig machen. Also, jetzt. Da schleicht ja diese Scheiße rum. Und ich brauche dann einen Schlüssel für den Aufwärtsungsschein. Oh Gott, du siehst mich nicht. Ich geh wieder weg. Gott sei Dank. Jetzt kommt der schon wieder. Hat der mich gehört? Hat der mich, muss ich da irgendwie ganz... Ich bin weggegangen. Wo ist der denn? Vielleicht sitzt der jetzt neben mir, aber ich muss gar nicht schauen. Ich bin weggegangen. Ich bin weggegangen. Aber hat der mich jetzt gehört? Ich bin weggegangen. Ich bin weggegangen. Hey! Ich bin weggegangen. Wie komme ich denn da hin? Ich bin weggegangen. ... ... ... ... ... ... Geh da hoch rein, ja. Geh auf. Stimmt, da habe ich vorhin übertragen gewohlt. Geh auf. Geh auf. Geh auf. Wo ist der hin? Ganz ruhig. Okay, hier habe ich keinen Schlüssel, hier komme ich auch nicht weiter. Oh, hey. Okay, bin immer weg. Ich verstehe dich irgendwo. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geräusche. Geh weg. Oh, wie stehen wir hier im tiefen Weg. Da gibt's irgendwie irgendwas irgendwo. Entschlüsseln oder... Ja. Oh, da hat viele Patienten. Ja, da war ja. Schieb, du Arsch! Schieb doch! Du bist die Blöde zwangsam. Da glitzert da nichts irgendwie... Zwischen oder so. Oh Mensch. Ach so. Weg, weg! Den kann man offen noch mal packen. Die Tür ist weg Du auch nicht Mal los Ich hoffe jetzt die Tür auf Geh' grad Oh, komm Wir sind noch nicht fertig Wie ist das so Ok Ich hoffe das geht jetzt da richtig lang Ich hätte jetzt eigentlich eher gedacht dass ich einen blöden Schlüssel fänden muss. Jetzt konnte ich mich auch nicht umsehen in den Räumen. Wo komme ich denn da runter? Mein Gott. Keine Ahnung. Wie es da weitergeht, das seht ihr im nächsten Let's Play von Outlast. Bis dann, tschüss.